So, ich glaube, da müssen wir auch nicht... Oh, ich dachte, da sitzt ein Hund! Gehen wir speichern, Leute. Oh! Bum, Junge! Bum! Bum! Denk so, weißt du, ein ganz gechillter Morgen hier, ne, ein bisschen Resident Evil spielen, was soll passieren, ey, du kriegst einen halben Herzinfarkt. So, wir speichern jetzt. Komm, okay, schneller, schneller, ja. Oh, warte mal, aber schneller, das ist ja gut. Ja, schneller, beim Laden. So, und jetzt ist ja die Frage, kommen erst die Licker oder kommt erst Mr. X? Jetzt kommen erst die Licker, Leute. Oh, Mami, Mami! Ich weiß, warum ich solche Spiele nicht spielen will. Warum ich lieber zuguck. Oh, meine Pumpe. Der steht doch gleich auf. Na gut, tritt sich fest. Oh, das ist eine ganz, ganz böse Stelle im Original. Das ist eine ganz, ganz böse Stelle im Original. Ich will das nicht. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Ich weiß genau, was durch die Scheibe kam. Ja, Digga, 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 Digga. Ja, und sie ist gleich tot, Mann. Und dann kommt noch ein Zombie. Und dann kommt noch ein Zombie. Und dann kommt noch ein Blatt. Und ich habe ein Messer. Ach, leg mich doch. Und jetzt kommt der auch noch. Ja, genau. Ja, wuhu. Alle auf die Clare drauf. Leute. Dass da keine Items drin sind. Ja, nee, ist gleich lang. Danke, tüß. Würde das auch. So, aufschließen. Deine Mona. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020